hi und willkommen mein name ist an die wii p metal mario master begrüßt euch zurück zu portal 2 vielleicht letzte part ja vielleicht das finale dann nämlich nur noch zwei tests vor uns ja ich habe das war total im gesetz mal wieder alles beschmiert wir sind hier immer noch in platz und zwei portel immer noch über unsere keime überall hier verteilen ja klar es war alles erst mal schön den boden für spieren würfel ok wir brauchen wir müssen nur einen würfel holen da ist der ausgang nein ich sehe schon muss jemand drüber springen und den einfang und irgendwie wird das dann nichts bringen weil man dann sowieso stimmt ich sehe ja schon immer was machen müssen ich glaube ich auch genau naja ich tschüss ich mach's ok am ready geht doch nicht ich muss ja denkst werden aber ich warte da auch da gewartet du musst in die andere richtung laufen glaube ich die andere ich komme noch gar nicht daran also ich muss das hier ich kriege ich gehe gehen da ist mir was so funktioniert aber schon mal ja versuchen das mal ich glaube ich bin hängen geblieben 3 3 noch mal dafür dass er genügend zeit okay erwarte da hat er jetzt hat er verdammt was war ich glaube ich werde auch mal eben ein bisschen mehr ich brauche auch ein bisschen mehr weil ich muss mich ja auch durch die gegend bewegen um die schalter zu drücken und so warte ich werde auch noch mal hier eben eins hinsetzen moment hatte ja okay ich habe jetzt genug also bei mir noch ein bisschen ich mache da mal noch ein bisschen auch muss ich dann auf die brücke platzieren hat geht doch gar nicht okay okay alles klar rücke steht jetzt okay der wirfel kommt in drei zwei eins los ich habe ihn doch ein bisschen länger als gedacht hat ja falls ihr beunruhigt seid wegen der menschen nicht alle sind monster die meisten sind gute test subjekte durch waschen ich glaube auf eine million gute test subjekte kommt etwa ein monster ok ich muss sagen letzter test irgendwie was die geheime welt die sternwelt der wissenschaft wir machen das natürlich alles im dienst der wissenschaft die menschenkammer liegt gleich hinter der öffnung die tür öffnet sich nicht obwohl ich den code eingegeben habe ihr müssen also das manuelle schließsystem direkt an der tür bearbeiten wir von abgebreite okay du hast hier blaues gelee und das man kann man nix hinpacken diese zähl mit aus dann pack ich mal datieren hat man den knopf genau das war da das vorrangig ist ja aber nützt uns nichts es sei denn auch natürlich ich ja ich habe schon na ja pass auf jetzt kommt da fliegt sein da kommt es hin dann müssen wir anlauf nehmen und rüber springen dann kommt der blauen da muss das springen genau ja ich werde ich sage ich glaube ja ja hier geht es nicht weiter ja auch nicht lassen worte abzahl doch hier durch da unten ist eins aber wir müssten wir können auch hier von nirgendwo runter springen da unten kommen wir an raus aber bringt ja nix da unten kommen wir dann raus aber ja es war irgendwo anlauf nehmen wieder ich stand da gerade drauf ich weiß es aber das war unsichtbar gewandt die leute sind schlau da unten ist was wo ja müssen darunter springen deine blauen waren schon richtig meine blauen waren richtig ja ja gut ich muss noch mal eben hierher kommen machen wir deine da und ich muss mein geld wissen auch dann okay dann pack ich dann nämlich hier hin das wäre jetzt zurück jetzt müssen wir da runter springen versuch machst du das ich habe noch verfehlt ach wir wissen wir hier doch ja da kommen das ist nicht das problem ich habe das verdammte loch verfehlt ja ich da auch weil ich an dir hängen geblieben bin noch mal wenn okay okay so und dann gehen wir wieder zurück so ich springe zuerst durch ja 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 das sind wichtig aus ich habe nur so gesehen in der fernwürger untergefallen werde ich durch das tor gegangen bin ist er denn nicht so als habe ich die ganze zeit nur quatsch machen da war aber auch irgendwie nix gerade aber hier das ist da will ich mir jetzt mal ansehen da war nix ich habe jedenfalls nicht zu sehen jetzt kurze kurze orange erstmal über erstmal überall hin mit dem zeug ja mann ja mann ja schön die schlotze verteilen ja ja du mal platzieren du mal platzieren dein ding denn dunkel aus wohin überall haben ja ja ich bin ich ab da sagen wir überall aber willst uns das muss man nicht wenn man das schon bringen gute frage hat bringt uns ja der freilzeug nach oben also muss man da ok haben wir irgendwo zwei da wir müssen uns da rausschießen lassen mit genügend geschwindigkeit ja so nach oben schießen dann aber wie ist ja gar nicht wo wir speed aufbauen können da kann man nicht einfach so machen wenn man noch ein bisschen hier platzieren vielleicht hatte ja warte oder so warte einige sehr gute tos perspektiven in dem spiel ja aber man muss sagen dass das ziemlich cool ist ja wir werden schon den richtigen ansatz okay okay ich habe schon wieder dort falsch passiert nein ich habe mich umbringen macht du deinen bein ja und ich mache das dann hier okay ich habe irgendwie nicht genug speed oder kann man das nützt ja gar nichts irgendwoher müssen wir doch spielt aufbauen können ich finde das sieht richtig aus ja ich gucke das eben bester fester fester ok vielleicht muss ich aber noch näher dran gehen ich muss mein ding einfach mal moment ich sehe ich sehe da oben ein portal natürlich es ist nicht dazu da um da hoch zu springen ist es und dazu darum ein portal hinzusetzen ich gleich mal das dunkelblau glaube ich habe ich auch ein bisschen näher platziert dann müssen sie jetzt eigentlich darum wo landen können wenn ich mit hier nein jetzt habe ich nicht gesehen scheiße ich glaube ich habe es ich glaube wir brauchen hier mehr grütze das war hier durch warte ich habe mal kurz die grütze und zwar haben wir hier nicht wirklich nein durch das blaue portal warte mal hier kommen wir durch das durch mein blaues und schießt mal hier mal hier hin aber welches habe ich hier wohin hier hin mehr 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 ein bisschen wenig aus ja vor allen dingen was was müssen wir jetzt überhaupt machen hier ist auch noch irgendjemand da hin können wir doch nicht einfach so hinten springen aber ich glaube da müssen wir hin haben sie an das auch noch ein schalter das auch noch ein schalter oder ja seitdem der letzten würfel erscheinen ich verstehe hier spring mal rüber da kommt nämlich so können wir wahrscheinlich den würfel dann noch klingen gemacht hat auch nicht dran nein ich komme nicht dran ach ja 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 ich hab ihn da wird man machen wir damit machen wir auch wenn wir jetzt mal gucken ob ich wollte gucken ob wenn irgendwo hier bauch oder so ich bin ausgerutscht ja ich glaube wir brauchen wir wir müssen wir auf die andere seite wo bauen wir den da brauchen brauchen wir den würfel da kommen ich nehme an wir müssen einfach auf die einer seite glaube auch nach ist man wieder herüber erst mal ernsthaft das ist noch mal ah shit okay geschafft so okay so kommen wir nicht darüber da eigentlich unter uns wir müssen jetzt ja nicht durchdüsen oder das halte ich für überträgen vor allem wie soll man überhaupt machen da muss wieder erstmal hier gebrauchen neues zeug ja noch mal noch mal nein aber egal 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 wir sind auch blöd hier kann man einfach darüber gehen das bin ich hier brauchen wir nehmen wenn man ein würfel ja wenn man ein würfel mit ich weiß noch nicht genau was wir damit machen müssen warum soll ich deaktivieren heute ich guck mal aber ich habe seine vermutung ich weiß was stimmt die brücke aktiviere ich weiß nicht oh ja hier sind nun mal überall ok du wirst mal kurz ja mal da weil hier sind wir sind so nummerierte dinge siehst du musst jetzt bei 1 bleiben mit dem ding ok so jetzt gehen wir bis zu 2 und jetzt einmal zu 3 und hier sind ein paar schalter ich weiß nicht was die machen aber ich drücke immer beide brauchen wir es mal gleichzeitig wieder da sein so dass überhaupt gehen kann ich irgendwo denken sie ja nicht was die machen bleibt man bleibt noch mal auf der 3 mache ich damit im wund und nicht wird ausgeschaltet müssen wir gleichzeitig machen machen wir brauchen mehr würfel aber wir können immer nur eins bohren lassen jetzt ist er weg ich bin wegen wegen überfragt wir brauchen einen dritten spieler dafür keine ahnung jetzt habe ich die beiden dinger da verbunden nützt uns ja nichts nichts nützt nichts du musst noch mal zu mir zurückkommen du bist du ja ich bin gestorben erwarte ja ja dadurch um das hier oben ist der nirgendwo portal hinsetzen naja 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 super ich bin jetzt takt so weil ich nehme hier wegkommen ich komme nicht weg müssen wir auf der anderen seite fahrt jetzt ja naja 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 wir müssen irgendwas in der mitte machen glaube ich damit weil nur sobald einer nämlich dadurch geht gleich portal weg wir brauchen halt wieder diesen würfel ja naja 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 hmm das on truth we the nein okay noch mal bitte noch mal noch einmal damit schwieriger durch irgendjemand muss dann mit dem brücken darüber wir müssen auch noch darunter irgendwie müssen auch dann auf die andere seite aber wie sollen wir das machen geht auch gar nicht der feier der zeichnachen links aber wie es so näher so damit man dahin kommt ja noch zu schnell darüber über musste ich mal kurz wieder hochpacken wissen du bin ja und wieder ja hier kannst du dich das blaue gehen ja ja den würfel bauen wir doch ganz sicher ja da müssen kann noch niemals funktionieren dass wir halt den würfel dafür nutzen müssen damit wir hier irgendwie bewusst aufbauen können geht doch gar nicht dann fliegt er auch nicht weit genug wir sollen beide gleichzeitig darüber kommen ich sage nicht mit der roten kurz das kann doch gar nicht funktionieren oder vielleicht doch so läuft einfach einer muss hier mal hier oben bleiben damit der andere wieder hochkommt was ist das hier für ein symbol doch also muss man nur in dritten da aktivieren ja müssen den dritten da da sorgen dass er auch da bleibt dann können müssen wir uns selbst da damit da mit dem geleben netzen damit wir darüber kommen also eine andere möglichkeit würde ich da nicht sehen ein portal für dich da gemacht dann pack ich den mal auf wie drei natürlich noch die frage ob du da hält das stimmt nein nein der rutscht der rutscht hat deswegen weil der benetzt ist also wenn sauber machen oder was dann müssen wir ich glaube ich habe es